Und damit willkommen zurück zu IT-Tags 2 zusammen mit Buggy. Huhuhu, moinsinn. Ich wollte das irgendwie, ich weiß nicht, ich kriege diesen langen Text nicht hin, so wie du das immer sagst. Ja, das hat sich bei mir auch echt schon mega eingehämmert und gleich den ersten Fehl hier, ey, ich fass es nicht. Äh. Oh. Ah, okay, man taucht dann komplett runter. Äh, bleib doch, bleib doch, hallo, da hin. Ich glaube, ich kann hier nicht wirklich viel machen, weil das, ne, du kannst dich da ranziehen, aber ich kann mich da nicht ranziehen. Oder soll ich mich davon dann absturben? Naja, ich hab auch, ja, ich muss mich, ups, ich muss mich, glaube ich, ranziehen tatsächlich. Ja, ich hab hier noch eine andere Funktion. Linke Maus, sagst du das, also nicht F. Ich hab das auch schon wieder vergessen, beim letzten Mal, da kamen schon wieder so viele Funktionen dazu. Vor allen Dingen, man kann es ja auch nicht in der Zwischenzeit mal üben, ey. Nee. Es geht ja nicht ohne den anderen, weißt du, so, oh, ey. Ja, das stimmt. So. Wer? Ich runterfliege. Was? Oha. Okay. Boah, ich glaube, da muss man irgendwie rein, ne? Ja, und dann... Oh. Und dann die andere natürlich nicht verpassen. Oh. Oh Gott, ja. Jetzt hab ich gesehen, dass es bei dieser knapp war. Also eine kannst du gedrucken. Hui, rutschen. Oh, was? Oh, Alter, wieder daneben, ey. Ich hasse es nicht. Oh. Ah, ja, jetzt auch schön zur rechten Zeit, ne? Oh, ja. Ups. Nehme ich gleich, nehme ich gleich eine Abkürzung und ich versuch's. Ja, wenn du das schaffst, denn wer sonst, ne? Ich nicht. Zu viel der Ehre. Ich hab hierfalls Schasse gedrückt. Ich hab Steuern gedrückt, das stimmt. Oh, direkt rein! Und durch. Ich fass es nicht. Sehr schön. Ob du's heute noch irgendwann schaffst. Ja, ja, irgendwann. Yeah! Beim dritten Mal. Ja. Man muss auch gönnen können, ne? Oh, ja, definitiv. So. Ja. Ah, jetzt müssen wir uns abtauschen. Einfach längst gedrückt, glaube ich. Ah, okay, nee, man muss doch drücken. Einfach mal weiter drücken. Muss ich doch, doch ran? Ja, ja. Achso, nee. Immer blau, ich immer rot. Oh, sehr schön. Damit müssten wir alle drei Maschinen haben. Ja, ne? Gibt's jetzt die... Ah, da, okay. Warte, mal fragen, ob's hier eine Abkürzung gibt. Kiranimo! Jo, komm, ich nehm dich noch mit hier. Natürlich, alles. Ach, das rennt schon wieder. Äh, nee, danke. Ach, hier, wir bei den lustigen. Die lustigen. Und... Kiranimo. Zack. Ah, und jetzt müssen wir hier... Oh, ich weiß schon, wie egal mehr, wo das war. Einfach da reinschwimmen. In einer dieser Bubblen, genau. Ich will nicht gefressen werden. Ja, das hab ich auch grad gedacht. Oh, Mann. Oh. Oh. Ach so, wie kann's bewegen? Ich bin so schneller als ich. Keine Ahnung. Vielleicht, weil er so ein dicker Bursche ist oder so. Keine Ahnung. Ah, blind. Stell. Aber wir sind da. Ich hoffe, es liegt an der Oberfläche. Ja, so do ich. Oh, schön. Ja, hier geht's. Ja, hier geht's. Ich weiß, wir haben nicht auf vacationen, seit Rose zu leben. Wirklich? Hat es so lange? Ja. Warum haben wir zu gehen? Rose zu leben, und dann die Geld haben. Ja, ja, ich glaube. Und dann haben wir das Leak in der Ruf, weißt du? Oh, ich glaube nicht. Vielleicht haben wir eine Woche, Vielleicht gibt es noch etwas Geld, für einen Wochenendtrip. Hey, du könntest Rose zu Waterlands nehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, sie hat uns immer im Sommer verletzt, um sie dort zu nehmen. Und dann werde ich sie wieder nehmen, wenn es mein Turn ist. Ja, sie wird zweimal gehen. Doppel die Spaß. Ja. Ja, doppel die Spaß. Hm. Speaking of fun. Let's race. Da wurden sie aber jetzt ganz schön wehmütig am Ende. Ja, ja, ich habe das auch schon gemerkt. Nein. Ich habe nicht schon eine Chance. Meins. Oh. Okay. Hast du das gesehen? Voll abgeprallen. Ach, wir müssen hier durch die Dinger fahren. Ach du Scheiße. Da habe ich ja schon 5.000. Das ist freiwillig. Das ist freiwillig. Ja? Weil da habe ich schon bestimmt 30.000 von verpasst. Oh mein. Oh Gott. Ja. Okay. Netz. Hieranimo. Ist wie mit dem Schlitten irgendwie. Keine Ahnung. Ich muss zu oft Schrift drücken. Nur irgendwie anlässt, ne? Ja, nicht. Ah, ich wollte nicht runter. Nein, du beruhst mich nicht. Nein, 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 nein. Das lass dich nicht zu. So gut. Wah, du hast doch so viel Vorsprung. Wie soll ich dich da noch überholen? Gute Frage. Nächste Frage. Geh doch gar nicht mehr. Ich gönne keinen den Sieg, wenn ich den Sieg haben kann. Nein, ich habe es nicht. Ach so. Bist du bahnen gegangen? Ja. Okay. Keine Ahnung. Ich dachte, ich muss da einfach nur rüber. Du musst den, äh, du musst den Goose mitnehmen. Magnet nicht vergessen, ne? Hä? Ja, was muss ich denn da machen? Die Gemaustaste drücken? Ja, habe ich ja schon zweimal gemacht. Hat nichts. Super. Die Gemaustaste. Ah ja. War ich zu spät bei den letzten Mal tatsächlich. Nein, du gewinnst vor mir. Was soll das denn? Oh. Hä? Alles gut. So, so. Äh. Was ist das? Hui. Oh, es bringt mir nichts. Oh. Oh. Was? Oh Gott, was wird das denn hier? Okay. Ist das ein... Okay, kann man noch nicht. Okay. Was ist das denn? Ach, du kannst was. Okay, gut. Da kommt man dann irgendwie... Oh. Es ist bloß nicht wohin, damit. Äh, hier, wo ich vornerein. Erstmal zu mir. Ganz nah ran schieben. Hier. Füüüüüüüü. Oh, jetzt bin ich mir zu weit weg. Jetzt kann ich den mir nicht anziehen. Na Quatsch. Nein! Nein, nein, nein! So, und jetzt musst du mich in die Anrischung wieder schieben. Ah, okay, du musst da rüber, also zu sagen. Das Vieh sieht so selten. Was ist das für ein Vieh? Keine Ahnung. Ah, ja gut. Ja, ja, sehr schön anscheinend. Hallo? Okay, ich kann hier nicht. Kann der Wandsprung machen? Hä? Mach ich auch was falsch. Ist das nicht richtig? Oh, ich bin, er stehe jetzt aber auch gerade übel auf dem Schlauch, ey. Ich hätte das auch verschwören können, dass das mit dem Teil denn... Was gibt dir sonst nichts? Oder warte mal da an den Dingen hier, an diesen Seilen. Oder ist das zu niedrig dafür? Oh, ja doch, 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 doch. Weißt du, wie ich mein? Ja. Warte, ich hol dich nochmal ab. Ja, hat der jetzt auch Grudy gerade gesagt. Ja, ja, stimmt. So, kommt das irgendwie hin? Dankeschön. Oh, nochmal. Achso, jetzt kannst du hier hoch. Oh, meine Nase läuft. Ah, ja, geil. Oh, ätzend, ey. Ich sag dir das. Hm. Musst du mal so ein bisschen überlegen. Okay, wofür ist... Hm. Du kannst dich auf jeden Fall da ran schwingen. Hm. Hm. Was ist das hier? Du kannst die holen. Ah. Ah. Du musst erst mal das andere, das... Ja, genau. Jetzt mal weiter möglichst weit in die Mitte schieben. Und jetzt das andere. Ah, okay, alles klar. Ich schwinge. Und jetzt das andere wieder zurückschieben. Ja, und jetzt wieder zurück, ne? Ui. Ja, sehr schön. Ui. Ui. Das, weil man so mit dem Körper so ein bisschen mitgeht, wenn man schwingt. Äh. Ne, ich glaube, ich muss das drücken. Ich muss das drücken. Achso, umlegen. Okay. Ne, ich muss das umlegen. Das war ein größtes Stück Holz. Hä? Was spackst du denn jetzt hier? So. Ja, ne? Du wirst jetzt deinen Spaß wieder haben. Äh. Von was? Oh. Haha. Ja, ich habe jetzt schon meinen Spaß, doch. Ja. Herrlich. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, mein Gott. Das ist echt cool. Das ist wirklich auch mal. Das ist ultra geil gemacht, oder? Oh ja. Ja. Oh, warte mal. Ich nehme nochmal eine andere Abkürzung. Welchen Weg wollen sie nehmen? Einfach alle gleichzeitig. Einfach alle gleichzeitig. Jetzt durch. Ich habe wieder schienen. Seht mich mal nach Achtermann. Ich habe mich voll Bock auf dem Achtermann zu fahren. Ich habe mich voll Bock auf dem Achtermann zu fahren. Ja. Ich habe mich voll Bock auf dem Achtermann zu fahren. Er ist so ein bisschen wie so ein Rollercoaster oder sowas. Ja, achte Mann. Ich habe mich voll Bock auf dem Achtermann zu fahren. Da sieht man den blauen Punkt. Ah, ja, nein. Oh. 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 Und schau. Oh levor. Etwas zu influences. Eicht kurz. Geil. Ich weiß nicht. Ich bin super hier. Das ist ganz geil. Oh. Jetzt müssen wir cheićeln. Obwohl Sie eigentlich gleich erstern und abstoßen müssten, ne? Ja. Ja, nicht der. Der darf ja nicht fehlen. Okay, Mr. Crazy. Ah, ja. Our relationship's already collapsed. Remember? When something collapses, something new can be built. And then the attraction can grow freely, you know? Oh, no. Oh, yes! Let's break it, baby! Come on! Die ganze Bude gleich mit weg, ey. Muss man sowas drücken, oder ist es nur eine Katze? Oh Gott, wir müssen das drücken. Ja, okay, tschüss. Das schaff ich nicht mehr. Woher? Ich muss... Ich seh den Fiek nicht. Hilfe. Es ist schön, dass die Eisplatten auch noch auf mich warten, auf jeden Fall. Bevor sie einstürzen. Das ist voll nett von denen. Intens... äh, intensive Musik. Oh Gott. Ohohohohohooo. Geil, nimm doch. Nimm doch den Magneten mit. I believe I can't fly. Ich hab Blackstream-Somulator, cool. Oh, was? Ja, weil ich da reingefungen bin. Geil. Oh. Oh. Okay. Los. Lauf. Lauf. Okay. Los. Lauf. Okay. Los. Lauf. Okay. Also ganz so schnell ist sie denn nicht tatsächlich. Also, lol. Aber ich würde sagen, das machen wir hier in der nächsten Folge. Bäh. Ist eh schon gestorben. Dann danke ich mich herzlich fürs Zusehen. Schaut noch bei der lieben Buggy vorbei. Sie ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio. Ciao, ciao.